Musik Ich bin die Evelin Freund, ich bin 24 Jahre alt und komme aus Salzburg und mit meiner Partnerin der Steffi ist es für uns die erste EM. Wir waren bis jetzt zweimal auf einer WM, aber die EM ist es die erste. Hallo, ich bin die Lindner Esmin, ich bin 20 Jahre alt, komme aus Tirol. Wir sind mit dem Brahm da und wir starten zum fünften Mal gemeinsam bei der Tö, auf einem Championat. Der Robin ist etwas ganz Besonderes und wir nennen ihn immer Professor, weil er schon etwas älter ist und er weiß genau, was sein Job ist. Und das Spezielle ist eigentlich, dass man richtig viel Platz auf ihm hat zum Turnen, weil er ein bisschen dicklicher ist. Und das lieben wir. Wir sind seit eineinhalb Jahren, seit April 2014 auf unserem Leibpferd am Start, einen deutschen Riesen-Bram mit Stockmaß 1,93m. Nach langer Suche sind wir jetzt endlich fündig geworden und haben eigentlich unser ideales Team gefunden, wo man halt auch ein kompletter Background passt und das Pferd wirklich auch viel Druck aushebt und sich auch sehr auf den Start gefreut und einfach weiß, was er zu tun hat. Und das natürlich für uns, für unsere Übungen sehr zugute kommt, dass wir uns wirklich auf uns konzentrieren können und dann jedes Mal wieder neue Übungen machen können. Ja, unser großes Ziel ist natürlich, zwei perfekte Umläufe zu machen. Mit den letzten Trainings waren wir sehr zufrieden und wir hoffen natürlich, dass es im Wettkampf jetzt auch so gut läuft und hoffen auf eine Medaille. Also wir haben auf die Europameisterschaft komplett neue Kühe einstudiert, haben neue Dressen und neue Musik gewählt und sagen, die hier in Aachen ist das erste Mal und unser Ziel ist, den Europameistertitel von 2013 zu verteidigen.